Hallo Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry 4 und jetzt geht's weiter mit Mission 6. Ha, 6. Spaß beiseite, Mission 6. Auferstehung, Setten Sie die wahre Kraft in Ihrem Inneren frei. Gucken wir mal, ob wir was kaufen können. Den Devil Bringer hab ich fertig. Hauen wir noch was für die Red Queen. Ah, das ist in der Luft, die Kacke. Die brauch ich ehrlich gesagt nicht. Äh, ja, verbessern wir mal das Aufladen. Ähm, Fähigkeiten an sich. Reicht's Geld schon mal nicht. Objekte. Ähm, reicht's auch nicht für die blaue Kugel. Okay, das heißt, weiter geht's. So. Uh, da hinten ist schon mal eine blaue Kugel hab ich gesehen. Ja, Teil einer blauen Kugel. Wuh, blaue Kugel. Yeah. So. Sonst ist hier nix. Äh, jetzt gehen wir weiter. Wuh, hu, wua, hu,ota, iiiiiii. Wuu, uaaaa, ii. Äh, das war ja verdammt, ey. Nix für mich. Weiß ich mal. Verdammt! Und los geht's! Ohohohohoho! Wack, geht ab! Boah, Pistig. Und wooohoho! B**** Jetzt hat er mich weg getroffen noch. Ahh! jetzt kommen wir jetzt kommen wir werden wir nicht raus jetzt kommen her doch ihr langweilig ich geh jetzt vor da ist einer mistfisch und da gibt es immer noch den hol ich mir jetzt auch gleich und bei okay das war's der fettbegrat gleichzeitig mal ein dass ich ein bisschen den fernz leise machen sollte so ich glaube hier kommt eigentlich gar nicht allzu viel ich glaube hier kommt jetzt eh gleich ein boss kommt und das war schon von dem kapitel dann wäre es mal ein kurzer part würde mich jetzt beispielsweise aber auch nicht stören so Ah ja, das mit nem Würfel. Wie war das? Bei 1 kommt immer. Ähm, ich mach jetzt bei 1 mach ich dann den Mann. Ah. Immer die, wo kommt, die Zahl, die wird's dann sein. War die 4 richtig? 1, 2, 3, 4. Ja, 4 war richtig. Okay, jetzt brauch ich. Jetzt brauch ich eine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine 6 würde gut. Okay. Okay. Nach der 2 kommt die 6. Jetzt hoffe ich, dass ich es richtig gemacht hab. Das blöde ist, dass mich hier jetzt blendet. Ja. 1, 2, 3, 5, 6. Okay, jetzt brauch ich eine. Äh, wo ist die Pico? 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 5. Und die 5 kommt nach der 3. Jetzt ist die 5. Wenn ich die 5 habe, dann hängt die 5. Ne, 2, 3, 5. Ne, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Ne. Wenn ich in einer 3, 2, 3. Ne, 2, 3, 4, 1, 1, 1. Ne. Das ist jetzt egal. Ja, genau. Perfekt. Es weiß, ich brauch jetzt eine 1. Nach der 5. Ok, jetzt brauche ich eine, 1, 2, 3, 4, 5, ne 5, die kommt ja nach der 3, sollte ich das noch was, ok, genau, so, haben wir das jetzt alles ohne einen Kampf machen können, ohne Problems, so, da oben war aber auch irgendwas aus so Einkurven, wie lame, ja jetzt kommt was weit, ok, jetzt vorbereiten, ich halte es nie, so, so, you've come, just as I'd expected, huh, who the hell are you? I am Arnos, working in secrecy, very few are privy to my existence. Funny, to figure an order official out for a stroll in a hellhole kind of place like this. Hellhole? Watch your words! Huh? Just this foul mouth that I had heard, that was proved true, as with the new ones concerning your d-d-d-demise. Don't you think that's a little harsh? Killing me because of the way I t-t-t-t-talk. Hm. Great. More demons. This. This. This is all Kratos doing. It was Kratos who ordered you to follow Dante. It was Kratos who brought you here. Dante? You mean the man that killed his holiness? Und los geht's. Und bam! Und bam! Hey, I'm just dealing with Wettbewerbs also. Okay, okay. Äh, ja. Ja, Passkampf ist echt... ...was Besonderes. Ey, jetzt hat's mich echt... ...nach runtergerissen. Scheiße, wie geil. A. Das, das. I know if this is a step. Jetzt aber komm und tschüss. Wie kann es sein? Look who's talking, jackass. Answer my question. What the hell's going on here? How profound. It's magnificent. Okay, did you even hear me? If you want answers... ...then I shall give them to you. It has only been a few years since I began this research. Could we isolate and bind demonic power? It could enable us to conquer the world. And that, that is the wish of his holiness. What a crock. And you may as well ditch the efforts, pal, because his holiness is dead. Ah, but his holiness has been born as an angel. Oh, an angel. And soon, soon, so shall I. See? Or just a small fraction of my research has yielded? Look! How beautiful this white armor stands. You have no idea. The hardship to make just one armor come to life. I had to capture and control countless demons to harness their souls. Summoning them alone was almost an insurmountable task. Summoning? So was you, who made the gate. Yes, yes, the hell gate. I created it merely as a reference and substitution for the real gate. But after utilizing an extremely powerful devil's arm. It proves sufficient. What the hell are you talking about? Hm. You should rest. Soon, you shall be my next subject of experimentation, so that I can learn a little something from you and that arm. Never. Take him out. Die. Then you indications how gone. No. No. Knreezer! Bye. Jaaaaaaaaaaaay! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ah... 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 Und was auch das Schwert von... ...Virge ist. Krato must have known something. Kommt da jetzt noch was? Okay. Naja. Woah... Schöner Mond. Scheiß... Tor, ja, ich will den Mond zwingen. Der Mond ist für Kohle. Was wäre... Ja, die Tür öffnet sich. Die Brücke beziehungsweise... Öffnet sich. Nicht so interessant. Woah, kommt noch mal ein Schlag. Sowieso, die Mission ist jetzt beendet, sobald ich oben ins Tor reingegangen bin. Und dann haben wir eh schon wieder 20 Minuten. Ey, ich krieg echt kein Part runter durch 20 Minuten. Wenn ich mir manchmal andere Let's Bays angucke, die hier mittendrin auch noch einen Schnitt machen in der Mision, das ist ganz übel. FUK. Was würde ich jetzt locker bekommen können? die knaapp nochmal das gibt es doch nicht wir kriegen das nicht er braucht sich jetzt nicht um so ein scheiß doch mega die lange ziehen die kamera ist auch so kacke in dem moment müsste nicht mein arm eigentlich ausreichen ja was war das niru spring halt einfach runter ich hab doch gar nichts gedrückt gehabt außer den armen auszudenken geht doch so heute leute gehen wir mal weiter was ich hätten der spiel was so lächerlich findet die ganzen versteckten sachen werden hat durch den armen hat einfach gesagt das war aber der war drei damals nutzer das ist immer noch nicht zu Ende des die mission ok und küsst die wand und was ist das hinten ist ja noch einer küsst ok Okay, dann haben wir die Minuten Gibt es oder ist es nicht so... ...herst du hier mit? Ah, ich hab's gefunden Der hinten ist ne geheime Mission Schatzsuche, finden Sie alle verborgenen Kuren? Lass mich raten, ich muss sowieso auf jeden Fall den nächsten Stock erstmal hoch Ich habe noch nie Was sind Sieb? Früher ist das nicht so... Ich habe dich nicht gegenseitig thun Oh, okay. 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 t ich kacke auf die mission ja ich kacke auf die mission jetzt scheiß drauf ich will dass der part nicht noch auf die 40 minuten lang geht kack die wandern kann ich ja beim rückweg machen mit dante ah ne mit dante geht das ja gar nicht ah scheiß drauf du kannst mich mal mach jetzt kurz einen prozess mit euch ja kommt der nächste wo bist du doch das war ne k k k k kr k k k k k k k so verpiss dich und ach so ich mach jetzt kurz nicht mehr weg hier wer Piss dich Piss weg hier ach du da oben ist auch eine Zugabe hier hier schluck das ach doch und tschüss geht da und das Loch wieder rein guter rausgekommen ich sehe doch was geht so Mission Ende immer noch nicht ist egal ob ich die geheimen Mission geschafft habe oder nicht ist das ja eigentlich hauptsächlich wichtig ob die geheimen Missionen sind dass ihr das wisst und und jetzt jetzt aber kommt schieß los schieß fang an zu schießen ja ja ich hab ja ja ich hab ja das zu tun ich hab ja das zu viel dass das nicht richtig ist Der Wemmer Kreis hat ein bisschen zu lange her, hm? Okay, Leute, ich weiß es nicht, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich nicht bin. Nee, 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 nee. Kann man auch keine Gegner mehr, das kann nicht richtig sein. Warte doch, ich laufe jetzt noch ein Bild weiter, warte mal, mal überlegen, eigentlich müsste jetzt die Kacke mit dem Wald dann kommen, ja, darum kann das gar nicht richtig sein, ich auch auf jeden Fall falsch. Yeah, im 40 Minuten Bad. Ich könnte heulen. Memoina mich selbst, kauf dir das Rennen von Nivo. Unbedingt. Das kann nicht richtig sein. Ja, klar kann das nicht richtig sein. Ich verspacke. Ich hab da vorher gesehen, dass die Brücke zu... Oah, uah, Ricardo. Ricardo, hau dir manchmal echt eins auf die Fresse. So ein verspacke. Wo geh ich denn jetzt denn dann? Das ist echt schlimm. Würde mindestens viel erklären, wieso ich so vollgepeit bin, wenn ich kippen würde. Aber was tue ich nicht. Ich bin so uncool. So jetzt, jetzt komm. Crazy, boah, Bitch. Ach, ich hasse diese Eisenmongos. Boah, ich hasse sie wirklich. Jetzt hab ich echt mittendrin noch gestoppt. Wisst ihr was, ihr könnt nicht mal. Ja, ja, ihr könnt nicht mal. Gott ehrlich, ich hab keine Bock auf euch. Ihr könnt nicht einfach mal. Ich habe nicht mehr Plastik. Ich kann ja nicht mehr Leute machen. Ich will mich nicht mehr machen und das hätte ich mehr sagen. Nein, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr so hoch. Okay, warum bin ich mir das? Aber ich komme jetzt mit der Situation. So geht es also mit der Situation. Aber wir sind sie auch mit der São Paulo. Ich bin nicht mehr so hoch. Es geht eigentlich sogar, muss ich sagen. Zwar, habe ich gerade zur Zeit echt viel Frauenprobleme. Ich weiß nicht wieso, aber zur Zeit jagen mir die Frauen hinterher, die nicht mit mir zusammen sein können, weil sie selbst einen Freund haben. Und wir gehen mir tierisch auf die Eier. Und ja, das nervt mich, ehrlich gesagt. Das sind diese Dumpf? Ja, wie soll ich sie nennen? Sich einfach nicht entscheiden können, was denn sie wollen. Und das nervt. Ich bin ja nicht so ein Typ, der mega oberflächig ist. Ich gebe alles eine Chance, außer Fette. Sorry, Fett ist halt bei mir unter alle Sau. Hässlich geht ja noch, aber Fett ist echt unter alle Sau. Damit komme ich halt einfach nicht klar. Dann versuchen wir das. Was ist das? Mal gucken, wie sich die Sachen noch weiter... 18 Minuten von Zeit... Ich hab doch einen S-Pil bekommen für den Scheiß! What?! Ähm, okay, scheiß drauf. Das wars, Leute, über den Part 38 Minuten habe ich aber, wie es auf meine Anzeige geht. Das heißt, 20 Minuten davon war Cutszene. 20 Minuten! Boah! Also, tschau Leute!